Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das verlorene Königreich und zwar das neue heroische Hymne, Power Up. Das spiele ich hier mit meinem zweiten Account. Daher kann ich euch ein paar Informationen dazu geben und ich habe auch schon ein paar ziemlich geile Sachen gesehen und die möchte ich euch gerne mal zeigen. Zunächst einmal, sobald man auf die Karte kommt, bekommt man zwei neue Kommandanten, und zwar Torgny und Wafura, die beiden Kommandanten aus der Kirolli-Krise, die ihr erkennt. Diese Kommandanten sind dazu da, Fernkämpfe zu machen, wie man hier auch lesen kann. Und zwar zeige ich euch einmal, wie diese funktionieren und weiteres dazu. Zunächst einmal, ich weiß nicht hundertprozentig, ob ihr die auch, wenn ihr da spielen werdet, direkt von Anfang an auf Expertise haben werdet. Hier sind sie auf Expertise von Anfang an. Es kann aber sehr gut sein, dass da irgendwelche Events kommen, wodurch man diese dann leveln kann, die Kommandanten, oder er spielen kann und dann hochleveln kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es so geil ist, wenn die von Anfang an auf Expertise sind und jeder die alt hat. Ich denke, da wird sich Lilith in der Zukunft was einfallen lassen, wo man sie durch spezielle Events oder ähnliches Height leveln kann und sie bis zur Expertise bringen kann. Da wir die Testversion dieses KvK spielen, gehe ich davon aus, dass wir die hier Expertise bekommen haben. Wir können uns hier einmal die Fähigkeiten angucken. Was jetzt als allererstes vielleicht schon mal auffällt, ist, dass wir hier oben einen komplett neuen Talentbaum haben. Den gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Gucken wir uns erstmal die Fähigkeiten an. Wir haben hier bei der aktiven Fähigkeit bei Togni erhöht den verursachten normalen Fernangriffschaden 5 Sekunden lang um 30 Prozent. Kann nur in einem Fallturm eingesetzt werden. So, und das ist halt auch tapelbar von 10 bis 30. Wenn man die erste Fähigkeit hier auf 5 hat, hat man halt 30 Prozent. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich habe ihn jetzt halt auf Expertise bekommen. So. Die zweite Fähigkeit erhöht den Angriff von Tognis Belagerungseinheiten um 20 Prozent und ihre Verteidigung um 20 Prozent. Alle Truppen unter Tognis Kommando verursachen um 20 Prozent erhöhten normalen Fernangriffschaden. Schauen wir auch direkt die dritte. In einem Fallturm erleiden Truppen 5 Prozent weniger Schaden, äh, weniger normalen Angriffschaden. Wenn sie von einem normalen Angriffschaden, wenn sie einen normalen Angriffschaden erleiden, haben die Truppen eine Chance von 10 Prozent ihrem Ziel, Fähigkeitsschaden, Schadensfaktor 1000, zuzufügen. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden ausgelöst werden. Vierte Fähigkeit erhöht die Gesundheit von Tognis Belagerungseinheiten um 20 Prozent. Wenn sie einen normalen Angriff erleiden, haben sie eine Chance von 10 Prozent, ihre Truppen 3 Sekunden lang um 30 Prozent zu erhöhen. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden ausgelöst werden. Jetzt kommen wir zur Expertise. Verringert den Anteil von schwerverletzten Einheiten in einem Fallturm um 25 Prozent. Das heißt, die Schwerverletzten werden dadurch verringert. Das ist natürlich mega, je nachdem, wie sich das Ganze halt auswirkt. Ich zeige euch gleich mal die Wehrtürme. Ich habe da schon ein bisschen was ausprobiert und werde auch selber noch ein bisschen was ausprobieren. Wir sind jetzt aktuell in der Zone 4. Heute hat das KVK, also heute zum aktuellen Zeitpunkt, hat das KVK erst begonnen. Und da ist man ja in der eigenen Zone mit Verbündeten. Die greift man natürlich nicht an. Aber lasst euch überraschen. Wir sehen ganz oben, hier, dass dieser Kommandant nur in diesem KVK genutzt werden kann. Nach dem KVK sind beide Kommandanten wieder ganz plötzlich weg. Meine Vermutung ist immer noch, dass das ein Zukunftsmodell von LILIF ist, dass sie das jetzt erstmal nur im kleinen Rahmen testen. Und dass so etwas in der Zukunft halt häufiger kommen wird. In verschiedenen Konstellationen. Und es dann in der Zukunft vielleicht wirklich auch Kommandanten geben wird, die man so nutzen kann. Die halt genau diesen Schaden machen. Warten wir es mal ab. Schauen wir uns Verfuhr an. Auch er hat hier wieder diesen Ingenieurwissenschaften. Ähm, ja, Talentbaum. Und, ähm, Angriff. Torgny hat Verteidigung als blauen Talentbaum. Vielseitigkeit haben sie beide. So, bei der aktiven Fähigkeit fügt dem aktuellen Ziel fähren Fähigkeitsschaden zu. Schadensfaktor 2000. Durch diesen Schaden können Einheiten nur leicht verletzt werden. Ähm, kann nur in einem Fallturm eingesetzt werden. Das bedeutet, die Einheiten, die ihr damit verletzt, die werden nur leicht verletzt. Ähm, und wenn man jetzt ins Haus zurückkehrt, hat man keine Schwerverletzten. Also, es kommen keine Truppen ins Hospital. So. Erhöht den Angriff von, äh, Vavoras, äh, Belagerungseinheiten um 20% und ihr Marschtempo um 30%. Alle Truppen unter Vavoras Kommando, Vavoras Kommando verursachen um 20% erhöhten Fernangriffsschaden. Okay. Dritte Fähigkeit. Erhöht den von Vavoras, äh, verursachten Gegenangriffsschaden um 30%. Okay. Ähm, es besteht eine Chance von 10% bei Erleiden eines normalen Angriffs, den normalen Angriffsschaden um 30% zu erhöhen. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden ausgelöst werden. Okay. Vierte Fähigkeit. Erhöht die Verteidigung von Vavoras, Belagerungseinheiten um 20%. Es besteht eine Chance von 10% beim Starten eines normalen Fernangriffs, den Angriff des Ziels um 30% zu verringern. Dieser Effekt kann alle 5 Sekunden ausgelöst werden. Was haben die mit jahren 5%? Ähm, Expertise. Verringert den Anteil von schwerverletzten Einheiten in einem Fallturm um 25%. Also auch hier bekommt man weniger Schwerverletzte, wenn man angegriffen wird. Bei der Expertise. Wie man sieht, diese Kommandanten sind, ähm, einzig und allein wirklich dafür da, um, äh, diese Falltürme, ähm, zu haben, zu machen, etc. So. Gucken wir uns mal den Talentbaum oder die Talentbäume an. Das ist meiner für, ähm, Vavora. Ähm. Den Angriffsbaum kennen wir ja in der Regel. Na, wir haben hier, ähm, einen ganz guten Punkt, der jeglichen, äh, verursachten Schaden um 2,5% bis auf 10% stapelbar verursachen kann. Halte ich für einen sehr wichtigen Punkt, ähm, ja, Punkt, den man auswählen könnte. Verringert den, äh, jeglichen erlittenen Schaden um 1,5%. Und hier erhöht den verursachten Gegenangriffsschaden um 1,5%. Ist in Ordnung. So. Gucken wir uns jetzt mal den Baum an, ähm, von Vavora hier oben. Wir haben, wichtig sind immer eigentlich die großen Punkte hier. Die kleinen Punkte sind kaum von Bedeutung. Hier haben wir Gesundheitsbonus, Verteidigungsbonus, Angriffsbonus, wer hat's gedacht. Gesundheitsbonus, Angriffsbonus, Marschtempo, ne, sowas alles. Aber die Punkte dazwischen sind halt wichtig. Hier haben wir einmal die von diesem Kommandanten angeführten Truppen erhalten, weitere 3% Truppenkapazität. Erhöht die Gesundheit von Belagerungseinheiten um 6%. Dann haben wir hier noch einmal erhöht den an Pfeiltürmen verursachten Schaden um 9%. Das bedeutet, ähm, wenn der Pfeilturm von Torkny, äh, von Vavora einen anderen angreift, dann habt ihr 9% erhöhten Schaden. So, dann haben wir hier. Erhöht die Verteidigung um 9%, wenn die, ähm, Einheitenanzahl einer Truppe 50% ihrer Einheitenanzahl bei Entsendung erreicht hat. Okay. Erhöht den normalen, äh, Fernangriffsschaden um 3%. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier hoch. Erhöht den verursachten Gegenangriffsschaden um 20%. Verringert den erlittenen Fähigkeitsschaden um 20%. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Erhöht ab Kampfbeginn alle 5 Sekunden den Schaden des nächsten normalen Fernangriffs um 50%. So, was ist jetzt Fernangriffsschaden, also normaler und, ähm, Fernangriffsschaden und was weiß ich. Das habe ich noch nicht daraus gefunden, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber mal eins nach dem anderen. Das ist jetzt erstmal so der Talentbaum von Fafura. Ich kann euch nochmal kurz den zeigen von Torgny. Der ist nicht viel anders. Auch hier habe ich es gleich gelassen. Bis auf hier habe ich dann 2 von 3 genommen. Ich weiß noch nicht, wie häufig man gegen andere Falltürme kämpfen wird. Das wird sich herausstellen. Ähm, ich halte aber hier diesen Punkt sehr, sehr wichtig, ähm, da der erlittene Schaden halt verringert wird. Und, na, komm, hier, der ebenfalls. Ne, deswegen habe ich, äh, den so geskillt. Und ich denke, das ist auch einer der, das sind doch, so sollte man die beiden skillen. Das ist meine Meinung. So. Dann wollen wir uns noch die beiden mal angucken. Ich kann euch schon mal ein bisschen was sagen. Ähm, wie gesagt, ein bisschen was durchprobiert habe ich, ja. So, wir schicken jetzt einfach mal. Kommandantenliste. Ja. Torgni zusammen mit ihm raus. Zack. Und möchten jetzt einen Fallturm machen. Fallturm macht ihr über dieses Symbol hier. Geht aber nicht. Um einen Fallturm zu bauen, musst, äh, musst du einen Trupp anführen, der nur aus Belagerungseinheiten besteht. Ähm, und von einem Premierkommandanten mit dem Talent Ingenieurwissenschaften angeführt wird. So, das heißt, ihr könnt nicht Zhang Yu zum Beispiel nehmen mit dahinter einem Kommandanten, ähm, also einer der beiden Kommandanten, sondern es muss einer der beiden sein. Also, nochmal aufs Neue. So. Das hatten wir ja soweit richtig. Jetzt schicken wir aber hier Ballistas raus. Also, Belagerungseinheiten. Zack. Dann tippen wir hier hin. Ne, nochmal nicht. Sondern wir tippen auf ihn drauf und möchten einen Werturm machen. Und dann sehen wir hier schon einen Umkreis, in was für einem Umkreis dieser Schaden gemacht werden kann. Das heißt, ich stelle ihn jetzt hier hin. Und dann kann ich hier diesen Schaden machen. Möchte ich aber nicht. Ähm, ich möchte euch nämlich mal was anderes zeigen. Ähm, das werde ich auch ein bisschen vorspulen, damit ihr das nicht seht. Wir gehen jetzt hier auf Bauen. Und jetzt geht er automatisch von dort dorthin. Kürze den Weg mal ein ganz kleines bisschen ab. So, bauen wir den da hin. Und jetzt sehen wir hier. Er fängt dann zu bauen. Das dauert zwei Minuten, bis dieser Baum erstmal steht. Das ist ein bisschen, äh, finde ich, vom Nachteil. So mehr oder weniger. Ähm, aber okay. Die zwei Minuten, die werde ich jetzt noch nicht brabbeln. Die werde ich jetzt, äh, vorspulen. Vier, drei, zwei, eins, go. Und da steht der schöne Show. So, that is Torgny. So. Wenn wir jetzt hier drauf tippen, sehen wir den Radius, ne? Genau, in welchem Bereich, ähm, er, jemanden angreifen kann oder ähnliches. Wir haben natürlich jetzt hier auch niemanden, den wir angreifen können. Wie gesagt, alles Verbündete funktioniert nicht. Wir können Torgny jetzt aber auch nirgendwo hinziehen, wie ihr sehen könnt. Sondern dafür müssen wir ihn wieder zu Belagerungseinheiten machen. Also, beziehungsweise als ganzen Trupp nur mal. Dafür gehen wir hier drauf. Und das dauert tatsächlich nur fünf Sekunden. Dieses Zurückwickeln, äh, entwickeln. So, ich habe jetzt, ähm, den mal ein bisschen umgestellt. Also woanders hingestellt. Ähm, wir können nämlich Barbaren angreifen. Zack. Und jetzt schieße ich auf die Barbaren. Wenn ihr euch das mal ein bisschen genauer anguckt, dann seht ihr eigentlich, dass das eigentlich das gleiche Prinzip ist, wie zum Beispiel bei diesen Wehrtürmen. Ähm, beziehungsweise vom Optischen her. Jetzt greift natürlich auch der Barbaren dann meinen Torgny an. Und ich mache natürlich trotz dessen weiterhin Schaden. Ich kann jetzt auch einfach sagen, ich greife jetzt noch zusätzlich den hier an, aus der Ferne. Dann gehe ich aber der Fokus auf den. Und mache jetzt nicht mehr so viel Schaden bei dem. Natürlich habe ich jetzt beide an der Backe. Wird wahrscheinlich diesen Kampf auch verlieren. Aber weiß ich gar nicht, wie stark die so mittlerweile sind. Aber so kann ich den, äh, ja, kann ich ganz gut Barbaren jagen eigentlich. Schauen wir mal. Ich möchte jetzt aber eigentlich den töten. Wir sehen auch keinen besonderen, äh, Fähigkeitsschaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat jetzt keine zusätzliche Animation, womit man jetzt, ähm, die man jetzt sehen kann durch die aktive Fähigkeit. Außer das, was wir jetzt halt hier so sehen, dass er ab und zu mal dieses rose Flimmern hat. Ähm, diese Flammen um den Turm herum, wie jetzt gerade auch. Aber das war es eigentlich auch schon. Wenn man die, äh, so unterwegs hat und damit kämpft, meine ich, hätte ich auch keinen gesehen. Das können wir uns aber gleich auch nochmal zusammen angucken. Wir sehen hier oben auch, das sehe ich jetzt gerade erst, sieht auch eigentlich ganz schick aus. Bei, äh, dem Kommandanten. Diese Pfeiltürme, äh, diese Pfeile, die er schießt, auch ziemlich geil gemacht eigentlich. So, ich glaube, wir wollen jetzt uns doch nicht angucken, wie die jetzt sterben, oder wie ich jetzt sterbe. Ähm, soviel erst erstmal zu diesen Kommandanten. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, ähm, mit der Forschungsmine jetzt noch nicht so weit bin. Belagerungseinheiten habe ich jetzt gar nicht gelevelt, so weit ich das sehen kann, genau. Ne, einzige Kaff, weil ich halt hier auf Kaff gehe aktuell. Also auf diesem Account. Und das dauert ein bisschen. Aber wie wir sehen können, wahrscheinlich kriege ich den einen Barbar getötet, den anderen nicht. Und das ist ja noch relativ am Anfang, wie gesagt, erster Tag. Da ist oder so immer alles noch ein bisschen, ein bisschen stärker. Wenn das jetzt, wenn man jetzt, ähm, die Technologie relativ weit hat, dann kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass man halt mehrere Barbaren angreifen muss. Allerdings, äh, kann, und die dann um den Turm rumgehen und so weiter und so fort. Allerdings glaube ich tatsächlich auch, dass, ähm, oder ich weiß es, dass du für jeden Barbaren, den du angreifst, dann natürlich dann auch AP verwendest. Das ist also jetzt nicht wie so ganz normaler Fähigkeitsschaden, wie bei YSG oder sowas. Na, ich verliere den Kampf. Ähm, so, machen wir das erstmal. Gucken wir uns gleich mal an, wenn man die so rausschickt, ähm, wie das dann aussieht und wenn sie dann kämpfen, vor allen Dingen. So, da sind sie. Mal zu den Barbaren und schnappen sie uns nochmal. So, ist mal da. Dann kommen wir dann nochmal direkt an. Also den, den Barbaren. So, da können wir mal gucken, wie die Animation hier aussieht. Das war's. Keine. No, man sieht natürlich hier die, von den Katapulten sieht man, wie sie schießen. Aber keinerlei, äh, äh, Animationen. Nicht vom ersten Kommandanten, nicht vom zweiten. Und der Balken auf der linken Seite, also die Wutleiste, die bleibt auch kontinuierlich oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ähm, Anzeigefehler ist. Wie gesagt, ist alles neu. Ähm, mal gucken, wie das in der Zukunft werden wird. Ähm, ich finde die Kommandanten mega gut. Ich empfehle euch auch nicht so solo die Barbaren anzugreifen. Wir sehen das jetzt hier von dem Verhältnis her. Das sah jetzt nicht, auch gar nicht so gut aus. Ich glaube, dafür sind sie auch jetzt nicht unbedingt geeignet. Ich zeige euch jetzt nochmal was. So. Und zwar. Wir können natürlich das auch so machen, dass wir Sang-Yu mit ihm raus senden. Daher wir die meisten Fähigkeiten halt wirklich für diesen Leerturm haben, hat, macht das nicht wirklich viel Sinn, die Open Field kämpfen zu lassen, diese Kommandanten. Aber, was man machen kann, ist, man nimmt ihn und packt als zweiten Kommandanten dann jemand dahinter. Und da eignen sich jetzt dann natürlich, sorry, ich habe die Kommandanten hier nicht auf Expertise, nicht so wirklich drauf gelevelt oder ähnliches. Aber wir haben ja hier zum Beispiel Cleopatra, die mit ihrer vierten Fähigkeit hier zum Beispiel eine 50% erhöhte Verteidigung und Angriff hat. Und dann haben wir noch Sanduk, die zum Beispiel auch für Belagerungseinheiten extra nochmal eine Fähigkeit hat, wo ich denke, dass das zum Beispiel ziemlich gut passen könnte. Mal ganz kurz gucken. Routverringerung ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut. So, hier haben wir 30% Verteidigung und Gesundheit und so weiter. Jetzt können wir natürlich gucken, dass wir, jetzt müssen wir natürlich hier wieder Belagerungseinheiten nehmen. Machen wir jetzt mal hier so viele. Und dann haben wir noch einen zweiten, können wir natürlich auch noch einen zweiten Wertturm machen. Hier haben wir Fura und nehmen wir dann hier die Cleo. Und dann können wir hier natürlich jetzt zwei Türme errichten. Und dann haben wir zwei Türme nebeneinander stehen. Ansonsten ist mir nicht so viel mehr Neues aufgefallen. Was ich euch jetzt nochmal zeigen kann, ist das hier. Ist eigentlich auch ganz schick. So. Ja. Hier habe ich das gestern Abend nochmal gemacht. Kann man jetzt mal alle neu nehmen. Genau. Zack. So, ganz schick aus. Eigentlich, wie man das macht. Aber okay. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht worden im Vergleich zu vorher. Wo man dann jedes einzelne Teil anklicken musste. Ich finde es ganz schick. Also, die haben ja Animationen da, finde ich ganz, ganz gut. An der Kristallforschung oder ähnliches hat sich jetzt auch nicht großartig etwas verändert. Hier ist auch immer noch alles so, wie ich es jedenfalls kenne. Ähm, aus anderen KVKs. Ähm, aus anderen KVKs. Die Kauka-Rohra-Kamahe. Der kommt, äh, der ist jetzt auch schon da. Ansonsten ist alles beim Halten. Auch bei der Kroniken. Bei der Kroniken ist auch alles so, wie man es kennt. Und bei den Belohnungen ebenfalls. Da hat sich nichts geändert. Es soll noch eine Funktion geben, wo man Truppen blockieren kann. Ähm, oder ähnliches. Ähm, und, äh, Leute passieren kann, lassen kann, ähm, und alles. Das habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Ähm, sobald ich das weiß, werde ich da natürlich auch nochmal ein Video dazu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war ein bisschen auch schon aufschlussreich. Es gibt leider nicht mehr zu erzählen, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt. Weil es halt eben noch nichts Neueres gibt. Ähm, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.